Fast hätte der Tag gestern perfekt gestartet, denn ich habe mit diesem bezaubernden Wesen hier gekuschelt. Dann ist mir aber mein Retainer gerissen und hat mir im Innenraum meines Mundes meine Zunge aufgeschlitzt. Zu allem Überfluss war mein ganzer Tag auch gepackt, voll mit Terminen, sodass ich erst abends zum Zahnarzt gehen konnte. Ich habe also eine Übergangslösung für dieses spitze Ende gebraucht und habe das Ganze mit Kaugummi überklebt. Dann ging's los. Kurze Gassi-Runde für Abby mit Pippi und Kaka. Anschließend gab es für sie im Auto Fressen und wir sind zu unserem Termin beim Steuerberater gefahren. Nur nochmal als Info für alle, die gerade schreien, vorm Handy sitzen. Mein Handy befindet sich hier in einer Halterung und filmt die ganze Autofahrt mit. Ich schneide das Ganze dann im Anschluss. Bitte benutzt kein Handy am Steuer. Im Büro des Steuerberaters wurde dann der Croissant-Modus aktiviert, bevor es anschließend auf die Heimfahrt ging. Auf der haben wir einen kurzen Stop beim Supercharger eingelegt und da kommt eine der wichtigsten Regeln überhaupt im gemeinsamen Zusammenleben mit meinem Hund zum Tragen. Es wird auf gar keinen Fall ohne meine Erlaubnis aus dem Auto ausgestiegen, sonst wird es nämlich saugefährlich.